Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar machen wir heute mal wieder eine Mythic Plus Chest auf. Ich war letzte Woche wieder fleißig, habe einen 10er Aufwärts Key gemacht, genau einen 11er Key. Und ich hoffe, dass ich diesmal endlich ein Trinket rauskriege, das ich auch brauchen kann. Ihr seht, ich brauche eigentlich prinzipiell noch Trinkets, beziehungsweise einen Ring, der vielleicht ein bisschen hochrollt. Wäre ganz gut. Und ich würde sagen, ohne viele Worte, machen wir die Kiste mal auf und gucken, was drin ist. Und ich hoffe, dass die... Moment, habe ich Hände gekriegt? Nein! Sind die vielleicht wenigstens besser? Nee, Mastery, Crit, die kann ich halt dissen, die sind halt echt kacke. Ich kriege kein Trinket. Also letzte Woche habe ich eins bekommen, aber halt das Falsche. Das ist das Bittere in der Angelegenheit. Gut, gut, schade, schade. Das Trinket habe ich letzte Woche gekriegt. Das ist aber halt so semi-gut leider. Ja, mal wieder kein gutes Item aus der M+. Vielleicht nächste Woche. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so rausgekriegt habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!